Hola, buenas tardes, einen schönen guten Nachmittag. Mein Name ist Maurice Klingenschmidt von SI Real Estate Mallorca und heute mit einer ganz besonderen Gebietstour. Wir sind hier am Hafen von Arenal an der Playa de Palma und nehmen euch heute mit auf das Wasser und zeigen euch die Bucht von Sonveri, Cala Blava, die Frontline-Villen, erzählen euch ein bisschen was über den Immobilienmarkt dort, über die Preise, über diese tollen Objekte. Kommt mal mit, schaut euch das Ganze an und genießt es. Juanito, hey, was machst du mit dem Beiboot hier? Wo ist denn dein Boot? Ja, ich könnte nicht mit 20 Meter Garn hier anfangen mit der schmale Mucht halt eben, ne? Das ist ja das, ja. Aber Juan, wollen wir jetzt ernsthaft, wir müssen noch die Gebietstour standesgemäß machen auf dem Wasser hier an der Bucht. Das ist auch so, dass du auch mit den 20 Meter Garn auch nicht in diese riesige Hülle reinfahren kannst und in den ganzen schmalen Buchten, glaub mir, mit denen ist viel, viel besser. Der große Garn, der kommt erst später, ne? Vertrau mir. Das klingt logisch. Ich glaube, da hören wir auf Juan. Komm, steigen wir mal ein. Ala. Ole. Jetzt fahren wir erstmal aus dem Hafen raus und dann schauen wir uns gleich die Buchten an und die tollen Immobilien, die auf der Frontline existieren. Ja, könnte schlimmer sein. So, jetzt sind wir aus dem Club Nautico rausgefahren, Arenal, und sind schon an der Bucht von Sonverie. Das ist der alte Teil von Sonverie, den wir hier vorne sehen. Hier ist der kleine Strandabschnitt. Ist übrigens ein wunderschöner, ja, Geheimtipp kann man nicht mehr sagen, weil die gibt es auf Mallorca nicht mehr so wirklich. Aber ist kein überlaufender Sandstrand, auch im Hochsommer nicht. Wir haben jetzt gerade den 11. Juli 2024 und ihr seht das, das ist Thema Tourismus und Übertourismus. Es ist entspannt hier an dieser Bucht. Und wenn wir über den Immobilienmarkt sprechen, im Rahmen unserer Gebietstour, dann gibt es hier natürlich einige interessante Informationen und Geschichten aus dem Nähkästchen. Ihr müsst euch vorstellen, dass dieser alte Teil von Sonverie, den wir hier sehen, eines der hochpreisigsten und hochwertigsten Gebiete im kompletten Süden Mallorcas ist, ausgenommen des Südwestens, aber hier stehen Häuser, die wir hier sehen können. Die sind, ja, 10, 12, 8, 6 Millionen Euro wert in der falschen Reihenfolge. Und ja, wir haben hier sogar ein Frontline-House im Secret-Marketing. Das heißt, wenn das Ganze völlig interessant ist mit privatem Strandzugang, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren, www.sae-mallorca.com. Das ist natürlich super interessant. Dieser große Palast, den wir hier hinten sehen, hat auch eine sehr, sehr spezielle und interessante Geschichte. Und zwar ist diese Liegenschaft Eigentum von der Barcelo-Familie, der gleichnamigen Hotel-Dynastie, mit über 2000 Hotels weltweit, also einem Weltkonzern. Die Familie wollte dieses Anwesen mal verkaufen. Ihr könnt das ja sehen, das ist ein wahnsinns Grundstück, ne? Wenn man sich dieses Anwesen anschaut, das ist ein wahnsinns Grundstück. Ich glaube, das hat über 2000 Quadratmeter Frontline direkt an der Klippe. Und ja, die Eigentümerfamilie wollte das Ganze mal für rund 24 Millionen Euro verkaufen. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und da muss jemand schon sehr, sehr viel Liebhaberei betreiben, um da auch zuzuschlagen. Obwohl die Lage natürlich Wahnsinn ist, bombastisch, gar keine Frage. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr stolzer Preis. Dann sind sie, glaube ich, mal auf 18 Millionen runter. Das war dann immer noch zu hoch für den Markt. Wahrscheinlich für 15, 14 wäre es weggegangen. Da bin ich relativ sicher. Aber ja, dann haben sie gesagt, okay, wenn das keiner kauft für den Preis, dann nehmen wir es wieder aus dem Verkauf raus. Und das war's. Wenn man in dieser privilegierten Position ist, dann ist das natürlich ganz spannend. Und ja, guter Wellengang, genau. Ja, ansonsten sehen wir hier natürlich die komplette Bucht von Palma. Aber da sprechen wir heute nicht drüber. Denn heute zeigen wir euch die Bucht von Sonveri, dem alten Teil Sonveri Nau. Das sehen wir jetzt. Und von Cala Plava. Kommt mal mit, lasst uns mal weiterfahren und genießt es. Ja, und alle, die denken, wir machen uns hier einen schönen Lauts und sind ordentlich am Trinken, das sind wir natürlich nicht. Wir haben hier auf Juans Beiboot ausschließlich Aua Mineral Natural con Gas, also Sprudel. Und der liebe Gian hinter der Kamera, der hatte einen Schweppes. Das hat er schon getrunken und natürlich standesgemäß hier kurz geparkt. Und ja, wenn wir wieder an Land sind, dann geht das in den Mülleimer. So, da haben wir hier immer noch im alten Teil von Sonveri, fast schon in Sonveri Nau, noch eine kleine Bucht, die jetzt hinter diesem Boot ist. Die sehen wir gleich nochmal. Und das weiße Neubauhaus, das ihr da seht, das wurde, ich meine, für 8 Millionen Euro verkauft. Das ist allerdings schon einige Jahre her, wo der Markt noch deutlich anders positioniert war als heute. Also heute ist es auf jeden Fall zweistellig, im zweistelligen Millionenbereich. Aber damals waren es, ich glaube, rund 8 Millionen Euro gewesen. Ich denke, das ist ganz interessant. So, hier haben wir noch diese kleine Bucht, die ihr seht. Normalerweise wird die vorwiegend von Einheimischen genutzt. Und ja, direkt neben dem Weißen Haus ist für mich das allerschönste Haus an der kompletten Bucht von Palma. Sonveri, Juk Major ist ein Wahnsinnsanwesen. So, jetzt sind wir hier übrigens schon in Sonveri Nau. Das ist die Bucht von Sonveri Nau. Genau hier beginnt Sonveri Nau. Ja, wenn wir hier über den Immobilienmarkt sprechen, dann sprechen wir natürlich erstmal über eine ganz andere Struktur. Es ist so, dass in Sonveri Nau die komplette Frontline Naturschutzgebiet ist, wie wir hier sehen können. Das heißt, es gibt keine Villen wie hier im alten Teil von Sonveri, die direkt am Fels gebaut sind, sondern etwas versetzt nach hinten, wie wir das hier beispielsweise ganz gut sehen können. Das hier sind Reihenhäuser, die hier stehen. Diese Reihenhäuser, dass ihr eine Idee habt, haben natürlich auch einen schönen Meerblick und sind eigentlich auf der ersten Linie und haben natürlich auch unverbaubaren Meerblick. Und bewegen sich preislich aktuell zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro. Da gab es auch einen Mordsanstieg. Also ich kann mich noch daran erinnern, zu Zeiten, wo diese Häuser für knapp unter einer Million Euro verkauft wurden. Das ist aber auch schon mittlerweile rund zehn Jahre her. Und mittlerweile werden sie gehandelt zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro. Natürlich gibt es gewisse Ausnahmen, wo sie mal etwas günstiger oder auch etwas teurer gehandelt werden. Abseits davon ist hier in Sonveri oder gibt es hier in Sonveri natürlich schöne Frontline-Villen, die also nicht direkt am Fels sind, aber auf der ersten Linie entsprechend ohne Vorbauten. Und auch die liegen preislich momentan, dass ihr da eine Idee habt und ein Gefühl bekommt, zwischen 5. Es gibt auch 1, 2 Ausnahmen, die sind sogar noch etwas günstiger. Das sind aber ältere Bauten, die sehr verwinkelt sind, die ja nicht mehr dem aktuellen Zeitgeist entsprechen. Aber eigentlich zwischen 5 und mittlerweile 12 Millionen Euro. Es gibt eine Villa, die ist zum Verkauf. Die sehen wir wahrscheinlich auch noch für 12 Millionen Euro aktuell, eine andere für 10 Millionen. Und wir wissen natürlich aus sehr privilegierter Quelle, dass auf zwei Frontline-Grundstücken in Sonveri Now direkt am Aussichtspunkt, den vielleicht viele von euch kennen, auf der sogenannten Plattform in Sonveri Now, zwei weitere Neubau-Villen entstehen. Die sind aktuell in der Planungsphase und die werden sich preislich wahrscheinlich auch bewegen im Bereich um die 10 bis 12 Millionen Euro. Also dass ihr mal eine Idee habt, was hier in Sonveri und Sonveri Now so passiert, wie der Immobilienmarkt aufgebaut ist. Natürlich gibt es in Sonveri Now und auch in Sonveri auch günstigere Immobilien. Es gibt beispielsweise Wohnanlagen mit Gemeinschaftspuls, die sehr schön sind. Ich lebe selbst in so einer Wohnanlage, weil ich mir leider noch kein Haus für 10 Millionen Euro leisten kann. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt auch Immobilien ab, ja, ich würde sagen, Sonveri Now mittlerweile 5.000 bis 600.000 Euro. Das sind dann eher renovierungsbedürftige Objekte. Genau, aber da geht es los. Das sind dann Wohnungen mit 80, 90 oder 100 Quadratmetern. Und es geht dann so im Wohnungsbereich bis zu 1,5 Millionen Euro. Und dann gibt es natürlich auch relativ viele Häuser, Doppelhaushälften auch, die sich in einer ähnlichen Preisrange bewegen. Und ja, es gibt sehr, sehr wenig Angebot. Es ist unglaublich. Sonveri Now ist so populär mittlerweile. Also auch wenn wir das mit dem, ja, overhypeden Südwesten vergleichen, den alle so lieben, Santa Ponza, Antrax, Paguerra, etc. Portals, Bendinat, das sind natürlich die absoluten Hotspots auf Mallorca und auch die hochpreisigsten Immobiliengebiete mit Palma, Son Vida, etc. Aber im Süden ist das eigentlich das exklusivste Wohngebiet, das es gibt. Und was super interessant ist, ist die Tatsache, dass es hier fast überhaupt keine Immobilien im Verkauf gibt. Wenn ihr mal auf die größte Immobilienplattform schaut in Spanien und mal schaut, was es überhaupt zum Kaufen gibt in Sonveri oder Sonveri Now, dann habt ihr weniger als 100 Angebote. Davon habt ihr natürlich, ja, wahrscheinlich 50, die doppelt und dreifach sind oder sogar 60 oder 70. Also es gibt sehr, 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 sehr wenige Immobilien, die hier verkauft werden. Und die Nachfrage ist extrem groß. Woran liegt das? Das liegt natürlich daran, dass wir sehr, sehr gut gelegen sind strategisch. Wir sind 12 Minuten, wenn es natürlich keinen Stau gibt, in der Rush Hour von der Kathedrale entfernt mit dem Auto. Wir sind in 5 Minuten am Euro Campus der Deutschen Schule. Wir sind an der Internationalen Schule in Sonveri Now in 1 Minute fußläufig. Wir haben die Buchten fußläufig entfernt. Wir müssen nicht erst ins Auto steigen. Wir können an die Playa de Palma laufen, das heißt auch das Nachtleben etc. genießen. Und haben auch die medizinische Versorgung hervorragend. Ein eigenes Krankenhaus in diesem Wohngebiet. Also das ist wirklich das Non-Plus-Ultra im Süden. Deswegen können wir hier dieses Preisniveau auf jeden Fall nachvollziehen, auch wenn es natürlich doch sehr hoch ist. Also wenn wir über Willen sprechen von 10, 12 Millionen Euro, dann ist das sehr, sehr viel Geld. Aber man ist natürlich in 7, 8 Minuten am internationalen Flughafen ohne Fluglärm zu haben. Man hat diese Traumbucht. Schaut euch das doch mal an. Wir haben hier Türkisfarben des Wassers, wie in der Karibik. Wir haben Buchten, die sind unglaublich. Und ja, wir haben eine unglaubliche Infrastruktur. So, aber jetzt haben wir genug über Sonnenverinau gesprochen. Jetzt fahren wir mal Richtung Cala Blava. Zeigen euch auch nochmal den Bereich von Cala Blava. Kommt mal mit, schaut euch das Ganze an und genießt es. Wenn ihr diese Villa hier oben seht, diese Neubau-Villa, die wurde 2016 gebaut. Sehr schön, sehr zeitgemäß, Naturstein auf den Seiten, sehr viel Glas. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Villa. Die wurde damals für rund 7 Millionen Euro verkauft. Das war damals noch das Preisniveau, ist jetzt natürlich deutlich höher. Oh, da sehen wir einen Sprung. Und ja, da gab es damals eine riesen Kontroverse. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch daran erinnern. Und zwar diese Pinienbäume, die ihr hier seht. Die sind ja neu, diese Pinienbäume. Und vorher war es so, dass man natürlich schon alten Baumbestand hatte, der in etwa aussah wie auf dieser rechten Seite hier oder auf der linken Seite auch. Und der Bauträger hat damals in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die kompletten Pinien gefällt. Alle Pinien, die vor diesem Haus stehen, um das Haus natürlich entsprechend verkaufen zu können. Und er hat eine Rekordstrafe bekommen von 666.000 Euro für das Fällen dieser Pinienbäume. Natürlich hat er diese Rekordstrafe auch eingepreist beim Verkauf. Damals zumindest. Und ja, das ist vielleicht nochmal ganz spannend. So, aber jetzt geht es wirklich nach Calab Lava. Wahrscheinlich werde ich euch nochmal zwischendurch über 1-2 Willen was erzählen. Kommt mal mit und schaut euch das an. So, hier oben ist übrigens die Aussichtsplattform, von der ich gerade sprach. Die sieht man natürlich nicht, weil das hier etwas höher gelegen ist. Und hier ist noch eine wunderschöne Bucht. Wir sind hier direkt vor meiner Haustür. Ja, ist eigentlich ein super schöner Spot. Ich komme tatsächlich auch sehr gerne mal zum Meditieren hierher. Eher im Winter als im Sommer. Aber es ist echt eine sehr, sehr schöne Energiequelle. Also, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Und es ist sogar so, viele Mallorquine kommen sonntags hierher, nehmen sich ihre Hängematte mit, hängen sich zwischen die Bäume und sind den ganzen lieben langen Tag hier bei uns vor der Haustür. Also, es ist schon Wahnsinn. Es ist echt eine sehr, sehr coole Energie und macht auch Spaß. So, aber ganz interessant. Diese Villa hier, die ist circa zehn Jahre alt. Die haben wir auch im Verkauf gehabt. Aktuell wollen die Eigentümer nicht mehr verkaufen. Ja, knapp zehn Millionen Euro. Da wurde es einmal reduziert. Ich glaube, auf acht. Ihr könnt euch das Video, übrigens haben wir ein ganz lustiges Video gemacht mit einem chinesischen Kunden, für den wir damals aktiv waren. Blenden wir doch mal ein. Könnt ihr euch nochmal anschauen, dann seht ihr das Haus komplett von innen in der Videotour. So, Juan. Jetzt sind wir hier an der Grenze von Son Verinau zu Calablawa. Das hier ist noch Son Verinau, dieser Komplex. Und das ist bereits Calablawa. Jetzt erzähl uns doch mal ein bisschen über den Immobilienmarkt von Calablawa. Wie ist der so, Juan? Also, Calablawa ist wirklich sehr ein spezieller Ort. Das sind sehr viele Schriftsteller, Maler, Künstler, die hier schon immer leben. Seit der 60er, 70er Jahren halt. Das ist ein Ort für sich. Sehr idyllisch, wie man sehen kann. Sehr große, alte Häuser. Es leben auch Fußballstars, wie man hier sieht. Gleich vorne, erste Meereslinie, Nationalspieler, Spanischer. Und zwar, es ist ein sehr besonderer Ort. Man muss es einfach mögen. Es gibt mehr russische Landsbürger, die sich die letzte Zeit in großen Willen gekauft haben. Auch polnische, sozusagen, Industriellen, die auch ebenfalls große Willen gekauft haben. Man muss es einfach mögen. Man sieht, sprich für sich selber, die Buchten sind einmalig halt. Das sind alles Felsstrände, außer drei Sandbruchten. Es gibt leider, was man so jedermanns braucht, kleine Supermarken oder so, kann man immer sagen. Gibt es leider noch nicht. Ich denke mal, wenn sowas irgendwann mal kommen sollte, wird das alle netten sprengen. Aber wie man es sehen kann, schaut es euch einfach an. Ja, das ist, glaube ich, super interessant, was der vorhin gerade alles erzählt hat. Wie das hier so aufgebaut ist, wer hier alles so lebt. Vielleicht nochmal allgemein zu der Struktur. Also Cala Blava, was Cala Blava auch so interessant macht, ist natürlich die Anbindung an die Plei de Palma. Wir sind auch hier fußläufig, unweit von der Plei de Palma entfernt. Ich lebe in Sonn-Verinau, das ist der Nachbarort. Wir können an die Plei de Palma laufen, sind in fünf Minuten da. Von Cala Blava sind es eben zehn oder 15. Also das geht wunderbar. Und ja, man hat natürlich auch alle Annehmlichkeiten von Sonn-Verinau in einer minutie Entfernung. Das muss man eben auch sehen. Und entsprechend, ja, es ist eigentlich ganz, ganz schön. Und was auch noch super spannend ist in Cala Blava, abseits von dieser Traumbucht, die ihr da seht, wo ich übrigens sehr oft entlang jogge, weil da die schönen Treppen sind. Abseits davon ist natürlich super interessant, dass wir hier auch noch eine richtige erste Meereslinie haben, wie in Sonn-Verinau. Das heißt, wir haben hier hinten, das sehen wir gleich, wunderschöne Frontline-Villen, die direkt an den Fels gebaut sind. Und das ist natürlich auch nochmal eine Besonderheit in Cala Blava. Also wir haben eine richtige Frontline am Fels. Das Preisniveau, wenn wir über das Preisniveau hier in Cala Blava sprechen, ist mittlerweile auch relativ hoch. Es gibt eigentlich keine Wohnungen unter 400.000, 500.000 Euro. Das sind dann relativ kleine Wohnungen, eher höher. Aber wenn wir über freistehende Häuser sprechen, dann gibt es mal renovierungsbedürftige Häuser für eine Million oder knapp über eine Million. Ist aber eher selten. Und genau, das ist eigentlich, ja, wo wir uns hier bewegen. Wenn das eine Frontline-Villa ist, ist sie natürlich deutlich hochpreisiger. Da geht es auch um 6, 7 oder 8 Millionen Euro, wenn das eine Villa ist auf der ersten Meereslinie. Hier in Cala Blava. Juan, du machst mich total fertig mit deinem Beiboot. Ich passe hier fast gar nicht drauf. Also das nächste Mal komm bitte standesgemäß mit deiner... Geduld haben, Geduld haben. So, auch nochmal super interessant. Geschichte aus dem Nähkästchen hier. Juan hat das ja gerade schon angedeutet. Es gibt hier sehr, sehr viele interessante Persönlichkeiten, die sich hier niedergelassen haben in Cala Blava bzw. in Bella Vista. Und ja, hier beispielsweise entsteht eine Wahnsinns-Villa. Wir können das sehen. Das ist ein riesengroßes Bauareal direkt an der Klippe. Wir wollen natürlich diskret sein. Deswegen werden wir keine Namen nennen oder dergleichen. Aber das Haus wird gebaut und entwickelt von einem der reichsten Menschen aus Polen, der Forbes gelistet ist. Ein Multimilliardär. Vielleicht ist das nochmal eine ganz interessante Info aus dem Nähkästchen. So, jetzt geht es weiter. So, hier sehen wir natürlich die alten Bauten aus Cala Blava. Das sind Mehrfamilienhäuser aus den 70er und 80er Jahren mit Gemeinschaftspool etc. Ja, natürlich hat man hier auch einen wunderschönen Blick. Ganz zeitgemäß ist das nicht mehr. Aber es ist natürlich eine super Lage. Wir haben einen Pool, wir haben direkten Meerzugang. Man geht die Treppe runter beispielsweise bei diesem Mehrfamilienhaus. Und das Preisniveau ist auch noch human. Also ist natürlich eine sehr interessante Möglichkeit, Frontline zu leben, ohne gleich Millionen ausgeben zu müssen hier auf Mallorca. Auch wenn es auch hier ein wirklich sehr, sehr überschaubares Immobilienangebot gibt. Genau wie in Sonverin und Sonverinau auch. Und der Juan wird euch jetzt nochmal was ganz Cooles erzählen. Hört euch das Ganze mal an und genießt es. So, und zwar, wie ihr sehen könnt, wir sind nochmal in der Ortschaft Cala Blava weiterhin. Dieses großes weiße Haus, was ihr da seht mit den Gläsern an der Fenster. Das ist von ein ehemaliger spanischer Nationalspieler. Der hat auch in Türkei gespielt, ein paar Saison. Und nebendran recht ein ganz bekannten Restaurant. Das ist etwas alt geblieben, aber wirklich die besten Paellas dort zu erhalten auf jeden Fall. Malinu, wie weit ist Caprocat entfernt? Caprocat sind etwa zwei, ein Kilometer gleich um den Fels da vorne. Also gleich vorne. Hast du das anzugucken? Absolut, auf jeden Fall. Das ist das beste Hotel Mallorcas. Ich glaube, Michelle Obama war neulich da gewesen. Absolut, ja. In der Woche war Michelle Obama mit ihrer Entourage und dem ehemaligen amerikanischen Botschafter von Spanien, hat sie hier eine Feier gehabt. Ich glaube, sie waren in Cantorat gewesen, bevor sie die eigentliche Feier-Jubi hatten. Ganz genau. Und du weißt ja, Caprocat, das ist eine ehemalige Militärfestung, vom spanischen Militär natürlich. Und es ist so, da wo damals die Kanonen direkt in den Fels hineingestammt worden sind, sind jetzt die Suiten, also direkt ein Jacuzzi und quasi die eigene Terrasse in den Felssprung und wo früher halt eben die Kanonen gestanden sind. So, und hier befindet sich das Hotel Caprocat, Hotel-Restaurant Caprocat. Ja, es ist wahrscheinlich eines der, wenn nicht das, luxuriöseste Hotel auf der ganzen Insel. Es ist eine Wahnsinnsanlage. Ich bin sehr oft hier zum Essen gewesen. Das ist eines der beiden Restaurants. Und ja, es ist immer ein ganz interessantes Erlebnis. Man kommt an, man hat erstmal diese Wahnsinns-Militärfestung, die wir hier jetzt nicht sehen aus diesem Winkel. Aber wir sehen hier eines der beiden Restaurants. Und man kommt an, man wird mit einem Golfwagen abgeholt und wird dann quasi runtergefahren zum Restaurant. Also es ist schon ein Mordserlebnis. Eine unglaublich gehobene Gastronomie. Und das Hotel selbst ist der Wahnsinn. Also ich habe noch nie im Hotel übernachtet, aber ich habe einige Freunde und Bekannte, die hier übernachtet haben und überaus begeistert waren. Und ja, das Preisniveau ist sehr hoch. Also man zahlt hier wirklich sehr viel Geld für eine Nacht. Vierstellig. Und ja, abseits davon ist es so, dass die Restaurants extrem gut sind. Also beide Restaurants sind extrem gut. Ich war in beiden mehrfach essen. Ist echt immer wieder ein Erlebnis. Also, jetzt haben wir euch heute einiges erzählt, einiges gezeigt. Hier mit Käpt'n Juan und unserem lieben Jian Hinter der Kamera und meiner Wenigkeit. Ja, ich würde sagen, jetzt fahren wir mal wieder zurück in Richtung Hafen und zeigen euch dann noch eine kleine Überraschung. Kommt mal mit und schaut euch das Ganze an. Und ja, wir haben ja einige Gebietstouren schon gemacht in der Vergangenheit und ja, jetzt etwas länger keine. Aber unser Bestreben ist es, euch einen Mehrwert zu liefern, euch einfach den Immobilienmarkt aufzuzeigen, die Immobilienstruktur, die Immobilienpreise, die Lagen, die Infrastruktur. Genau das aufzuzeigen mit unserem Content und wir hoffen, das ist gelungen. Das war interessant, heute vielleicht etwas unterhaltsamer als sonst und ja, wenn das so ist, dann bitte einmal gerne einen Kommentar hinterlassen. Ihr würdet uns wirklich sehr unterstützen, wenn ihr das macht für den Algorithmus von YouTube und den sozialen Netzwerken. Einfach mal ein kurzer Kommentar mit eurem Feedback und vielleicht mit Fragen oder Anregungen, wenn ihr noch Ideen habt, was wir vielleicht in Zukunft doch so machen könnten, Social Media technisch. Und ja, abseits davon, wenn ihr eine Immobilie auf Mallorca zum Kauf sucht, dann sind wir natürlich gerne euer Ansprechpartner. Auch wenn ihr eine Immobilie auf Mallorca habt, die ihr gerne verkaufen wollt, sind wir natürlich sehr gerne euer Ansprechpartner und stellen euch gerne jede Zeit zur Verfügung www.essa-mallorca.com. Mein Name ist Maurice Klingenschmidt und ja, ich springe jetzt nochmal hier in dieses wunderschöne türkisblaue Wasser, schwimme kurz in diese Höhle rein und komme wieder raus und verabschiede mich in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal und hasta luego. Hasta luego. Adios. Ja. Ja. Vielen Dank.